Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Let's Play von ZEV mit eurem WobDevil72 den Christian. Hier sind wir jetzt gelandet, deshalb habe ich jetzt mal einen Tag Pause gehabt. Das war so, aber naja gut, das kann ich jetzt anfangen mit. Da kann ich lang, da kann ich lang. Da hinten kann ich, ich könnte hier auch lang. Wo gehe ich jetzt am besten lang? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind ersetzbar. Austauschbar. Nur so gut wie die Beute, die wir machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Da ist er. Mal gucken, was passiert. Nein! Der Schmerz wird schlimmer. Doch die Schwermut kann geheilt werden. Ich werde allen zeigen, dass der Tod besser ist als diese Existenz. Der Schmerz wird schlimmer. 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 So, Karte anziehen. Wo muss ich hin? Gute Frage, nächste Frage. Muss ich jetzt hier runter oder nicht? Gute Frage. 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 verdorben. Ich will sie nicht enttäuschen. Es schmerzt, verraten zu werden. Was? Was habe ich? Feierfreiheit ist für sonst frei. Verraten. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, das war's mit Feuerpfeile Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, Mann, 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 Mann. Komm raus, Gerrit. Ich krieg dich. Denkst du, dein Steinchen kann dich retten? Komm schon raus. Denkst du, dein Steinchen kann dich retten. Ich kriege dich. 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 Was hast du vor, mich erneut zu töten? Oh manne, 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 manne. Scheiße, letzte Energie, ey. Mal gucken, wo der Stand auf dem Stein ist. Da oben. Da muss ich mal wo hin. Verräter! Da oben. Da oben. Da oben. Ich will das alles nicht mehr. Geh, eui, eui, eui! So, ich würde sagen, wie es weitergeht. Das seht ihr beim nächsten Let's Play von Seef mit eurem Bob-Debel, 72 dem Christian. Bis dahin tschüß. Bis zum nächsten Mal.